Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Sacred 3 hier auf unserem Kanal Mare und Ralle Entertainment. Ich bin Mare und wie immer nicht allein in diesem Let's Play, der Ralle und der Alex sind auch mit dabei. Hallo Jungs. Hallo Leute. Servus Leute. So, wir haben jetzt auf Screen geredet, haben wir in der letzten Folge gesagt, wir machen jetzt diese drei Mind-Choice-Control und nix. Schmeiß ihn in die Wand. Ich brauche ein neues USB-Kabel, Leute. Ich reagiere jetzt nur ganz leicht aggressiv darauf. Es stiftet jetzt Mare ein USB-Kabel. Ja, das war so ein billiges, weißt du, eigentlich ist es original, ist es original von Microsoft? Ne, ich glaube das ist von Hammer oder irgendwas, das waren zwei Stück drin mit drei Metern und die taugen gar nicht, sie reichen gerade mal zum Handyladen. Super. Das reicht, also, da habe ich so ein billiges, das ist um fünffache dünner wie das Kabel und das kann einfach mehr, aber ist halt bloß 30 Zentimeter lang. Naja, okay, wir machen diese drei Level, also einmal die Welle, mach die Welle und dann die zwei und ja, in dieser Folge. Ja, dann nicht. Dann legen wir los. Mach die Welle, mach die Welle. Laber noch nicht so viel, mach doch einfach. Das wird die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag, lass dich einfach von mir tragen. Wir haben immer noch, noch nicht das letzte freigeschalten, gell? Das letzte? Rufe einen, ja, das letzte halt im Itemshop. Ah ja, stimmt. Da ist immer noch ein Schuss. Mir schlottern schon die Knie. Oh, hierzu, aber. Wer kommt denn jetzt? Oh, Mensch. Oh, süß. Die will mir gar nicht, hau'n. Highland-Zack. Oh, Highland-Zack, was ist jetzt passiert? Hast du weh getan? Oh, und noch. Gleich richtig. Nicht sexy. Level ab und ein teurer Geist verleist. Auflevel. Du hast so komisch geglüht, hat das wehgetan. Ja, das war's. Level ab oder der Geist. Okay, das war's. Oh, Moment. Was? Nein, es kommen noch mehr. Bereit machen. So. Jetzt, Spawn Trapping. Hallo? Ja, genau. Okay, das war's. Schon wieder. Moment. Nein, es kommen noch mehr. Bereit machen. Du wiederholst dich, Pipi. Ja, die ganze Zeit schon. Ich glaube, wir haben die gleiche Platte. Ja. Kann schon mal passieren. Lass dich doch mal in Ruhe. Ja, ab geht's. Sauber! Oh, jetzt wird der Mario aber sauber. Noch einmal. Noch ein bisschen. So macht man das. Aber ihr müsst es noch mal machen. Jetzt hat sie etwas Neues. Nee, wir müssen es noch mal machen. Das hat sie auch schon gesagt. Ja, jetzt sind bald alle Sprüche weg. Wir haben auch bald alles versprochen. Oh, oh, da ist der Große bei mir. Da wollten wir uns überrennen. Ja, dann natschalten. Oh, der Große. Das gefällt mir. Da ist schön. Haben wir gleich. Ja. Hallo? Verbreite die Liebe. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet. Sauber! So, aufgestiegen. Wahnsinn! Ihr bekommt sogar ein paar Belohnungen, wenn ihr es schafft, sie aufzusammeln, bevor der Kampf weitergeht. Hä? Was labert die? Keine Ahnung, wie ich dafür wird. Und nochmal ein Großer. Meiner, meiner. Jetzt rennt er doch nicht weg. Was? Ich habe gerade den Großen kaputt gemacht. Alleine. So, wir hatten auch einen. Sauber, Leute. Kommt zur Unterbasis. Ihr habt euch eine kleine Auszeit verdient. Hört sich geil an. Ja, auf jeden Fall. Gleichfalls. Tötet alles auf dem Bildschirm, oder? Winsamten Endboss. Was auf dem Bildschirm? Tötet alles, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Wahrscheinlich sowieso. Keine Ahnung. Endboss. So, hey, wann habe ich dich überholt? Cool. Hab dich vorbeiziehen lassen, er hat Pause gemacht. Achso, okay. Ich habe 56.330. Rale hat 21.700. Der hat diese Runde eigentlich nicht viel getan, oder? Doch, der hat viel getan. Ja? Aber nichts Effektives. Ah, nur die kleinen Punkte kriegt tot. Ah, scheiße, ja. Okay, unter alex52.220. Fügt Feiden in einen großen Radius schweren Schaden zu. Nett. Megabombe erhalten. So, kann man die gleich mal... Gleich mal in der nächsten Ding. Beim bitteren Schrein könnte man sie gleich mal einsetzen. Genau. Okay. So, ja. Hier war das wieder alle auf mich, so ist es super. Die Haarwald-Dulia-Alles-Marsch. Wir haben ja mehr Verständnis für dich. Ja, ich weiß es. Wir sind sehr gewohnt, auf dich zu warten, so wie jetzt. Warten auf Spiele. Eigentlich müsste er eigentlich dran stehen, warten auf Maren. Ja, genau. Zwei, eins, null. So, ich wähl dann gleich mal die Superbombe aus da. Ja, ich bleib hier beim... Bereit? Die werden es uns nicht leicht machen. Wie immer. Ich bleib bei meinem Zaubertrank. Machst du dich stärker, oder? Nein. Der heilt mich wieder. Das ist nichts Besonderes, die Bombe. War das schon Bombe? Sexy. Ja, klar. Lächerlich. Das gefällt mir. Weißt du, hier steht es direkt vor dem Typen. Und wen haut er? Nämlich, weil du nicht ausweigst. Schön. Und jetzt nochmal. Noch einmal. Ja, nochmal. Nochmal, nochmal. Wiederholung, wie sie sehen, weißt du. Mehr, mehr. Ja, Mare, kannst du nicht selber machen. Was? Sauber! Der Alex ist bei dir. Der Alex ist neben dir. Ich mach doch hier meine eigenen. Ihr seid echt gut darin. Wisst ihr das? Noch einmal. Ich glaube, aber zum Schluss brauchen wir echt wirklich alles. Ich denke nicht, dass der Endboss so pipi einfach gemacht wurde. Klar. Meinst du? Wir haben als Geld. Nein, das ist so oder so. Das haben wir ja. Das ist außer Frage. Das brauchen wir gar nicht diskutieren. Und alle, wo jetzt was anderes behaupten, die schreiben es dann bitte in die Kommentare. Machen es der eh nicht, weil sie die Tastatur wieder nicht finden. Du weißt es doch selbe. Wir sind ja schon da wieder. Also ich wieder 18.150, der alle 8.550, unter Alex 15.154. Schauen wir mal, was der Praxis kann. Wir warten nur auf dich. Ja, ja, ich bin schon da. So, und jetzt wartet ihr wieder auf mich. Jawohl. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Und warten auf Spieler. Ich bin noch nicht mehr bei der Hälfte beim Laden. Warten auf Mare. Heiland. Du, ich weiß nicht mehr, wie der Ladebiken ausschaut. So, 3, 2, 1, 0. Zahn, zahn, zahn. Also Mare, ohne Scheiß, wenn du so skill-hättest wie deine Leitung. Bereit? Oder wie? Die werden es uns nicht leicht machen. Warte, meine Leitung ist gut, ja. Bei die Huggels ja nicht, oder? Nein, ich meine jetzt auch bei... War das für dich auch zu gut? Ja. Leicht, was? Aber da kommen noch mehr. Nein, ich glaube dir nicht. Hey, da ist Gold. Oh, mach mal das Ding hier kaputt, hey. Ja, wenn ich schon das Ding kaputt mache, dann... Oh, Junge! Der war... Sollen ruhig noch mehr kommen. Der hat ja gleich schrien. Oh, Junge! Oh? Ich glaube, der hat Aua am Fuß. Mensch. Ja, ja, ganz schön. Sauber! Noch eine Kerbe in meinem Gürtel. Oh, noch mal so ein Auge dazu bekommen. Ja, stopp. Oh, noch eine Bombe. Ah, jetzt gibt es Zeug dazu, hey. Oh, das ist unsere Riesenkiste. Die Traumschicht. So. Na ja, war jetzt gerade nicht over-skillig, oder? Ne, war jetzt eigentlich eine recht easy Level-Runde, sozusagen. So, diesmal habe ich dich mal wieder voll lassen. Aber auch nur ganz knapp, schau mal. Ah ja, ich will dich ja nicht so abhängen, weißt du, ich bin immer so knapp. So, ich habe 32.900, der Rale hat 16.500, der ist jetzt mal wieder im fünfstelligen Bereich. Und Alex hat 33.300. Na, nächstes Mal machst du das Gerät halt kaputt, da kann man darüber reden, mein Freund, Herr Diebe. Genau. Gut. Ich habe so einen Angriff, der sich aufspaltet in mehrere Dings da, weißt du, so. In der nächsten Runde wird es dann wahrscheinlich ein neues Auge geben, aber das schauen wir uns dann erst morgen an. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Servus, Leute. Servus, Leute.